Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Together, Summoner. Ich bin Summoner Gameplays und bei mir ist... Ja? Ja, der... Soll der Boss klappt jetzt weiter? Der Grund, warum wir jetzt den Boss nochmal machen müssen, ist, wir haben den Boss gestern fast down gehabt, da ist bei uns beiden das Spiel abgestürzt, warum auch immer. Das hatten wir bisher noch nie. Äh, die... Wir wollen es in der letzten Aufnahme noch, oder? Ne. Äh, du kennst ja die Taktik. Geh rein. Achso. Ja. Inventus! Den Schock noch in deiner Range? Ja. Uh, 500... Jawoll! Oh, du brauchst! Du! Hab nix gesagt! Warst du mal Ben nicht als erstes? Äh, echt? Du hast den auf jeden Fall schon sehr gut Damage gemacht. Echt? Ja. Wie geht's aus? Ich seh die Lebensleiste bisher nicht. Du musst die Wolke drehen! Erst wenn er anfängt Feuerpfeile zu spammen, hol ich das Dings raus. Die Klinge. Na, sieht gut. Oma hat dann cool da, wenn man einen Boss vor die Klinge nutzvoll ist. Ja. Natürlich bist du gerade Out of Range. Ja. Ich glaub. Immer noch. Immer noch. Er kommt, oh scheiße. Ja. 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 Du bist aus der Klinge. Ja. Ja. Jetzt greift er dich an. Ja. 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 Ich trage ihn wieder dich an. Da schaut nach der Wolke falsch durch an. Stiert, direkt. Hast duただ weg? Jaa. Ich kann nur nicht beide Charakte gleichzeitig steuern ohne, dass manbar wieder so Gegner ist. Bei mir gerade真的是 nicht. Ich wundere mich aber, dass die Wolke so n Abend geschehen ist und dann wicked verstellt. Ja, der Fuchs ist ja nicht die Wolke, sondern durch. Hast du schon auch gewusst. Und durch muss er dann die Wolke zu entschneiden. Wollt ihr jetzt fahren? Oh, wir haben ihn ja schon fast! Ja? Ich hab mich hier abzunehmen. Bin dabei. Aber gut, wir haben ihn fast. Das ging schnell. Kommt ihr weg? Ich kann meinen Charakter nicht dran hin, dann zum Gegner zu rennen. Wenn er angegriffen hat, dann ist die Wolke steuer. Ich steu ja nicht die Wolke. Ja, und wie willst du an Kraft von werden? Und ich bin gleich wieder weg. Aber wir haben ihn gleich. Die Lebensleiste ist fast ganz unten. Warte, schau mal, danke. Schau mal, loote ich ihn. Wir haben ihn! Wo, wo, wo? Fluch? Feinspalter Wildkrummschwertfoliant von Peru. Aber keinen Nivell ab. Oh, hat aber trotzdem guter Farben gegeben. Alter, wunderbar. Feinspalter. Feinspalter. Was ist Feinspalter? Oh! Gute Axt! Gute Axt! Gute Axt! Gib wie mir! Nehmen wir! Alter! Scheiße, wenn du dauernd das gute Glückwunsch machst! Sehr gute Axt! Sehr gute Axt! Du hast schon letztens dauernd das gute Glückwunsch bekommen! Sehr gute Axt! Super! Ich soll Damage raushauen, aber du kriegst das geile Glückwunsch! Ich kann dir mal einen Würdiger geben, wenn du willst! Kollege! Hä? Nein! Ich glaub nicht! Aber wenigstens ist dieser Boss jetzt Geschichte! Super! Dann lesen wir schon! Bestimmts freundes mal! Aufhören schon! Yo! Oh! Äh! Foliant von Pyroil! Hier! Ein Dämon namens Pyroil wurde in seiner Wahl besiegt! Der Weg nach Lenel ist fast frei! Hey! Also auch nichts meins! Richtig! Hm! Für was haben wir denn Scheiß noch mal? Wie viel? Wo gehst du hin? Außerhalb deiner Range! Du weißt, dass hier das Level aus ist, ne? Ja, ich weiß auch! Ich hab keinen Bock wegen Meteorstums verwecken! Na, die Axt, ne? Für sieht schon gut aus! Ja, komm! Ey, gerade du bist doch ein Lassenstuhl! So schön ist das auch wieder nicht! Okay, Leute! Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Together Summoner! Ich bin Summoner Gameplays und bei mir ist du da! Bis zum nächsten Mal!